Heute machen wir mal was vegetarisches auf dem Grill. Vegetarisches ist das indianische Wort für schlechter Jäger. Heute gibt es gebackenen Käsekuchen in der Orange. Absolut korrekt. Dafür brauchen wir natürlich eine Orange. Und die wiederum, die schneiden wir, unten schneiden wir ein bisschen was ab, dass die Orange auch gerade aufsteht. Und dann oben schneiden wir die Kappe ab und dann müssen wir irgendwie unsere Käsemasse in die Orange füllen. Deshalb müssen wir ein wenig von dem Fleisch rausschneiden. Einmal so rundherum. Weil das beim Klaus immer sehr lange dauert, habe ich das schon mal vorbereitet und da sind diese beiden schon mal fertig geworden. So, das können wir natürlich hier, was wir rausgeschnitten haben, das können wir später essen. Das ist ganz wichtig. Bitte nicht wegwerfen. Das können wir essen. Kann man auch jetzt schon essen, keine Frage. So, und dann haben wir gesagt, wir machen eine Käsekuchenmasse. Dafür habe ich hier ein klein wenig Schmand. Da kannst du auch Quark nehmen. Ja. Dann brauchen wir ein wenig gelbes vom Ei. Wir nehmen ein Eigelb. So, das kommt mit dazu. Und dann brauchen wir noch ein wenig Puderzucker. Und du darfst mir eine Messerspitze Vanille reingeben. Ja, ich nehme eine Löffelspitze, aber das ist auch okay, ne? Sag! So, jetzt wird es verrührt. Wichtig ist beim Käsekuchen, nicht zu lange rühren. Sonst haust du Luft unter. Das wollen wir nicht. So, jetzt gehen wir her. Guck mal. Geht ganz schnell. Okay. Damit füllen wir das. So. Vorsichtig. Da kannst du ein bisschen rüberlappen. Ja. Du darfst es so ein bisschen aufklopfen. Ja. Na, dass das so ein bisschen drinne ver... Ja. Dass das noch so ein bisschen läuft. Kann man natürlich... Muss man testen vor. Muss man testen. Halt mal fest. Ja, hol. So. Und was ich ganz gerne mache, ich gebe ganz gerne oben auf die Käsemasse. Gebe ich noch ein ganz klein bisschen braunen Zucker. Der karamellisiert nämlich dann schön. So, guck mal. Dann gibt das so eine schöne Kruste, ne? Dann gibt das eine leichte Kruste. Also, so oben drauf. Und dann geht es wirklich ganz, ganz flott. Ab auf den Grill. Ab auf den Grill. So, Klaus. Ein, zwei Deckel hoch. Ein, zwei Deckel hoch. Ja, und wenn die so aussieht, sind die wohl fertig, oder? Ja, richtig schön. Leichte Farbe genommen. So, und dann nimmst du am besten eine Palette. Nicht wie ich hier gab, weil dann sonst zerstörst du schon hier. Schau mal hier. Ah, das sieht lecker aus, oder? Das ist gebackener Käsekuchen in der Orange. In der Orange. Habt ihr noch nie gemacht. Ich hab's auch noch nie gemacht. Aber ab sofort wird's gemacht. So, j'vaki- configuriert. So, j'vmauld. So, j'vsch吗? As du'afa 있는oofstoron.